Hallo, möge die Macht mit dir sein. Wir haben die Mission auf Bakura erfüllt und erwarten jetzt, oder alleine erfüllt, komplett alleine erfüllt und erwarten jetzt die nächste. Die Lage wird ernster. Wir haben unzählige Berichte aus der gesamten Galaxis über einen neuen Sith-Kult, die jünger Ragnos gehört. Das macht Sinn, warum die dann diesen Tempel des Ragnos besuchen wollten. Okay, Händlerrettung oder Kultuntersuchung? Zuerst die Händlerrettung, dann den Kultuntersuchung. Die Akademie hat den Notruf eines Handelsschiffs erhalten, das auf dem Planeten Blen-Jael abgestürzt ist. Sie wurden aus dem Hyperraum gerissen, als sie auf einen Abfangkreuzer stießen. Das Imperium wollte anscheinend seine Präsenz nicht preisgeben und feuerte auf das Handelsschiff. Doch die Händler schafften es auf die Oberfläche des Planeten und konnten Hilfe rufen. So viel wir wissen, ist dieser Planet unbewohnt. Okay, das Handelsschiff hat es also geschafft zu landen. Das Imperium wird wahrscheinlich jetzt die Überlebenden suchen und versuchen umzubringen. Klingt nach einem leichten Auftrag. Du solltest ihn übernehmen können, während Kyle mit Rush unterwegs ist. Nimm dir einen Shuttle, lande bei den Koordinaten des Notrufs und nimm Überlebende auf. Oh, das ist cool. Meine erste vollgeplante Solo-Mission. Dann lernen wir doch nochmal wirken ein bisschen besser. Ja. Nehmen wir wieder die Standard-Waffen mit. Und schauen uns an, was uns erwartet auf Blengeel. Hm. Mit Video. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Oh, Gewitter. Dann hätte ich doch vielleicht lieber Machtblitzerbleiter lernen sollen. oi 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 oi. Immerhin. 1A Punktlandung. Gut gemacht, Jaden. Eine Rettungsmission. Oh. Ist das ein gesamter... Ist das ein Schiffsfriedhof oder nein? Das ist nur das eine Schiff. Hallo? Hallo? Hey! Sie da! Der macht sei Dank, dass Sie hier sind. Dieser Ort ist... Oh oh. Hahaha. Oh nee. Was war das? Ein Sandwurm? Ein Drehschlund? Ich weiß nicht, wie die hier heißen. Oh Gott. Vielleicht finde ich in diesem Händlerschiff, was ich suche. Ja, das Teil vom Anfang, was gefehlt hat im Schiff, das brauchen wir. Finden Sie eine Energiezelle und bringen Sie diese zu Ihrem Schiff. Finden Sie eine Energiekupplung, einen Dämpfer, einen Energiekonverter. Sie können immer nur ein Schiffsteil tragen. Oh, wie toll. Und wir sollen uns wahrscheinlich auf dem Weg nicht von diesen Viechern fressen lassen. Das heißt, ich darf nur auf Metall und Stahl treten. Oh joi joi. Okay, gucken wir erstmal in der Richtung. Hier hilft mir auch alle meine Macht nicht. Was ist das da? Das sieht gut aus. Oh hi. Wie komme ich von hier wieder weg? Das ist die bessere Frage. Diese Energiezelle sollte mit der Kühleinheit funktionieren. So, ich warte jetzt, bis Geschwindigkeit abläuft. Oh, ich warte nicht, bis Geschwindigkeit abläuft. Denn diese Steine versinken im Boden. Jaden, was hast du gegessen, bevor wir aufgebrochen sind? Du wiegst zu viel. Okay, das sagt man nicht über Frauen. Schon gar nicht über Frauen mit Lichtschwertern. Oh, 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 oh. Oh, oh. Gute Sandwürmer. Gute Sandwürmer. Alles ist gut. Okay. Was habe ich jetzt aufgesammelt? Das da, nein. Was habe ich aufgesammelt? Wow, ich habe ein richtiges Shuttle dabei. Ich hätte mal was Kleineres mitnehmen sollen. Kleineres. Uiuiuiui. Okay, du hast mich überzeugt. Ich speichere das Spiel. Wo auch immer runter. Der speichert so oft automatisch. Oh oh. Das wird das Gefährlichste, wieder zum Schiff zurückzukehren. So. Dann laufe ich jetzt... Hm, komme ich aufs Dach? Ich würde sagen, nein. Okay. Hier kann ich rüberlaufen kurz. Okay. Das hat gerade nochmal so geklappt. Das leuchtet. Komm. Lass dich ausbauen. Welches Teil auch immer du bist. Uiuiuiuiui. Okay. Ah, okay. Nett, dass da eine Kiste stand. Dann kommen wir hier hinten auch wieder raus. Hoffentlich. Oh, schön. Ah, einfach... Uh, Notfall... Im Notfall Glas zerschlagen. Ja. Ein Soforthilfepaket aufgenommen. Ja, jetzt... Ähm... Ich brauche eine ganz andere Art an Soforthilfe, wie ich hier... bekomme. Okay, gehen wir den gleichen Weg zurück, den wir gekommen sind. Mal schauen. Und? Überlebt. Ja, ich bin noch am Leben. ist das nicht ein Wunder. Es ist ein Wunder. Total. Speichert das Spiel wenigstens nach jedem meiner Gegenstände. Okay. Dann laufen wir. Wenn du dich zeigst, kannst du ja dich nicht woanders zeigen. Ach, wunderbar. Hallo. Und... Sprint. Machen wir das gleiche im Prinzip nochmal. Hier unten rein. Ganz entspannt. Ganz ruhig. Und hier hoch. Wunderbar. Dann schauen wir von dem Fenster aus, ob ich weiter nach links komme. Also hier vorne. Mit dem Fenster, ja. Das ist ein Fenster. Ein frisch entstandenes Fenster. Oh, was kann ich hiermit machen? Hiermit kann ich irgendwas machen. Vielleicht sollte ich das irgendwo hinschieben. Hm. Gucken wir mal. Ja, ich kann es nach vorne schieben. Ich hätte es vielleicht ranziehen können. Vom Fenster aus. Aber jetzt bin ich schon mal hier. Dann gehen wir hier oben drauf. Schauen, wo das hinführt. Hm. Aufs Schiff zu kommen, wäre natürlich verlockend. Da war noch irgendwo ein, ein weiterer Überlebender. Hm. Hier könnte doch jetzt irgend sowas sein, oder? Komm. Haha. Ich brauch die Teile. Oh oh. Nicht gut. Gar nicht gut. Auf das Teil. Und dann versuche ich es mal, da rüber zu schaffen. Hm. Ich sehe zwar nicht wirklich, dass ich es da rüber schaffe, aber wir können es ja mal probieren. Komm. Ich muss dort rüber. Okay. Ich bin hier. Ich bin hier drüben. Wo muss ich rüber? Ach, da hin. Okay, wir speichern das Spiel. Wir speichern das Spiel. Die sind ja zum Glück sortiert nach Datum. Das heißt, da habe ich kein Problem. Ich bin hier drüben. Ui, ui, ui. Nicht so einfach hier, das Ganze. Hochspannende Mission. Vielleicht ein bisschen zu wenige Sturmtruppen, für meinen Geschmack. Ja, hier könnten überall noch Sturmtruppen rumstehen. Das würde das Ganze ein bisschen besser machen. Aber hey, was... Leben ist kein Wunschkonzert, wie man so schön sagt. Deswegen will ich mich da gar nicht beschweren. Solange ich noch ein Leben habe, muss es kein Wunschkonzert sein. Hässliche, hässliche Aliens. Oh, oh. Lauf, 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 lauf. Keine Lust. So. Was fehlt mir denn jetzt noch? Das da. Nur noch das da. Finden sie eine Energiekupplung. Wo ist die Energiekupplung? Oh. Knapp. Ganz gewaltig knapp. So, da hinten war ich schon. Oh, ist die Energiekupplung hier? Bist du die Energiekupplung? Nein. Ist nicht die Energiekupplung. Und ich bin fast tot. Ich nehme das nicht ernst genug. Hey, da könnte doch eine Energiekupplung sein. Das wäre das Beste, wenn es jetzt hier irgendwo drin wäre, wo ich schon war. Oh nein. Okay, ich weiß, wo ich hin muss. Das wird natürlich kein Spaß. Aber es muss sein. Ich muss noch da hinten links. Das heißt, ich muss wieder auf das Schiff drauf. Da bin ich ja schon einmal hingekommen. Es sollte also kein Problem sein. Zumindest kein größeres. Heilige Waldfäden. Habt ihr nichts anderes zu tun, als euch Essen zu suchen? Doofe Tiere hier. Ja, ihr werdet noch zu fett. So wie Jaden. Nein, Jaden ist nicht zu fett. Natürlich nicht. Das könnt ihr gerne ernst nehmen. Oh nein! Ja, das hab ich wohl verdient, ja. Das hab ich wohl verdient. Gut. Ähm, dann ist natürlich die Frage... Ah, okay. Ich wollte gerade überlegen, ob ich es versuche hinzurennen. Aber nein, muss ich ja gar nicht. Ich kann... ...hoffentlich... ...von hier dahin... ...erst noch ein bisschen Heilung. Keine Ahnung, wie ich die Lebenspunkte verloren hab. Vielleicht... Oh, da hinten, da hinten, da hinten, ja. Da muss ich hin. Warten wir auf unser Maler. Warten wir auf, ähm... ...die Macht. So, lief gut. Erster Streich. Zweiter Streich. Oh, ich wart ganz oben. Ich hab Angst. Und? Und? 100%? Genau die Energiekupplung, die ich für den Beschleunigungskompensator benötige. Was für ein Zufall. Und das hier ist genau wie eine Treppe. Und? Hier oben ist... ...gar nichts. Aber... ...ein wunderbarer Ausblick in... Oh, in den Himmel. Schön. Das war eine tolle Rettungsmission. Sie ist auch noch nicht vorbei. Könnte immer noch sein, dass ich sterbe. Oh, ich wollte eigentlich Heilung anmachen. Aber Geschwindigkeit geht natürlich auch. Lauf, 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 lauf. Und dann heilen wir uns ein bisschen. Und dann warte ich hier ein bisschen. Auf Geschwindigkeit. Denn ich hab's... Oh, ich hab's geschafft. 100%! Was sind jetzt meine Neuen... Und jetzt schnell weg von diesem verrückten Felsen. Ja, ganz genau. Schnell weg. Die armen Händler. Klingt so, als hätten die Sandgräber sie alle erwischt. Verdammte Viecher. Zum Glück bist du heil wieder zurück. Wir informieren Coruscant, diesen Planeten als gefährlich einzustufen. Als saumäßig gefährlich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Amen.